Diese Woche bei Sci-Fi News TV Die Episodenkritik zum Staffelfinale von Star Trek Discovery Der Marketing-Experte Matthias Mirlach im Fachgespräch Wie relauncht man ein Franchise? Und Abstauben wie beim Frühjahrsputz. Großes Gewinnspiel mit vielen Preisen. Star Trek Discovery Das Review zum Staffelfinale von Star Trek Discovery mit Jens und meiner Wenigkeit, ein wirklich spannendes Interview mit dem Marketing-Kanzler Matthias Mirlach über den Relaunch eines Franchise und im Gewinnspiel viele tolle Preise. Wir haben DVDs, noch mehr DVDs, Transformers und noch die eine oder andere Gewinnspiel-Überraschung. Also den kommenden Sonntag um 20.30 Uhr im Kalender vormerken, diesen Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke drücken, die freut sich. Wir sehen uns also am Sonntag. Chat-Kanal ist so circa ab 20.15 Uhr für euch geöffnet. Hier direkt auf YouTube live im Sci-Fi News.de-Kanal, wenn es heißt Sci-Fi News TV live.